ARK Community, nochmals vielen, vielen, vielen lieben Dank, also wir hätten niemals im Leben damit gerechnet, dass ARK so geil bei euch ankommt und deswegen nochmal herzlichen Dank, hoffentlich wird die zweite Staffel genauso gut ankommen oder sogar noch besser, naja, zum Schluss kommt immer meine favorierten Szene, also die ging mir persönlich richtig ans Herz und keine Szene wird diese Szene übertreffen, dann seid gespannt darauf, schaut es euch an und habt viel Spaß dabei. Also, bis zum nächsten Mal. So, jetzt geht's los. Na, was ist los hier, ne? Alter, warum hat der Steco so viel ausgehalten, wenn wir hier schon mit dem mit ungefähr zwei... Nein! Ich kann ja ein bisschen... Greift die... Alter Schwede! Sie hat uns, sie hat uns, sie hat uns, sie hat uns... Scheiße! Äh, wenn... Verreck du, verreck du, das ist besser, weil... Ich darf nicht sterben. Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Pass mal auf, ich hab nen Plan. Ähm... Alter, das ist ein Super Saiyajin. Guck mal, der... Oh shit! Oh fuck! Oh fuck! Ich sterbe, ich sterbe! Oh ne... Oh Gott, du... Oh Gott! Alter! Wie soll man den Tod kriegen? Müssen wir uns da zig von Sachen... Oh Gott! Erkommt! Oh Gott! Oh Gott! Sehr nah, sehr nah! Oh Gott! Oh Gott! Nein, 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 nein! Oh fuck! Oh Gott, ich bin tot! Wir sterben eh hier! Jahu! Wir müssen uns... Also es ist kein Problem, wenn wir jetzt sterben sollen. Ich kämpf jetzt... Alter, Schwede, ist der riesig! Nein, ich wollte ihn doch sehen! Äh, Scheiße! Ich hab doch gesagt, da ist der King, glaube ich. Da ist die große Nibelle bei dir. Oh Gott! Ich hab gedacht, warum geht schon meine Rüstung kaputt? Oh nein, 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 nein! Nein, nein, bitte nicht! Bitte nicht, bitte! Nein, Jiraiya war zu langsam! Oh Gott, die Libelle ist ja da! Oh, Scheiße! Kannst du mich nicht mal ein bisschen retten? Alter! Die ist direkt über dir! Komm, ich glaub, der mag mich! Nee, jetzt nicht mehr! Äh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Der kommt, der kommt, der kommt! Der, 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 der Mann da! Äh, der Mann! Wer's right! Der Mann kommt! Der Mann kommt, Leute! Der Mann kommt! Aber die beiden sind beide stark! Was machst du denn? Oh shit! fixed! Shit! Baby, oh where are we going now? Digga. It's stupid, inm saúde! Wir werden einem Abschied. It's stupid, nicht? Ich vermute mich! Auf immer! Und ewig, ja? Mua! So... Goodbye! Oh! Oh Gott! Lauf, lauf, lauf! Oh, ho, ho, ho! Hoch! Hoch! Er hat uns! Er hat uns! Er hat uns ... Oh, shit. Das geht schief, das geht schief, das geht schief. Oh Gott. Okay, das Raptor ist ganz in Ordnung. Oh Gott, oh Gott. Nein! Scheiße. Oh, fuck. Einer Schwede kennt das. Oh, wie süß. Wir haben uns kurz den Peteranodon hergesheetet, also weil das ging gar nicht, das hätten wir nicht geschafft. Oh, ich glaub ich hab gerade seinen Schwanz gesehen, oder? Leute, 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 noch ganz zum Schuss. Hier was Süßes. Irgendwo hier muss er ja sein. Wo ist das denn hier? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich komme. Bleib schön da. Bleib schön auf deiner Position. Ich krieg dich, Alter. Da kannst du dich draufnehmen. Ey, komm. Das ist doch jetzt ein Witz. Das ist ein Witz. Komm, komm, komm. Putt, 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 putt. Hallo. Digga, komm. Yes. Yeah, Baby. Hier bin ich, hier bin ich. Hey, 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 hey. Och, Mann. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja. Super. Hier, komm. Komm. Es waren noch zwölf Pfeile, ey. Och, komm, du scheiß Mist hier, ey. Den Gamepenner sehe ich nichts mehr. Oh, shit. Ich schlafe. Ich schlafe. Oh, oh. Oh, fuck. Bitte, bitte, bitte. Töte mich nicht. Bitte. Ja. Level zwei. Oh, guck mal. Er macht Handstand. Habt ihr das gesehen? Gesser. Da fliegt der T-Rex. Das ist, glaub ich, ein T-Rex, oder? Nee, Latsch-Spider, glaub ich. Aua. Ich brenne dann auf jeden Fall. Ich brenne richtig, wenn der mich jetzt trifft. Mal sehen, ich zeig' euch das mal kurz, dann bin ich eine sonst ne Kerze. Haha. Meine Arme, Mann. Nein. Oh, shit. Oh, fuck. Was denn? Ist er weg? Oh, Gott. Oh, Gott. Ist er weg? Nee, also ein bisschen. Mir ist ganz kalt. Ja, ja. Boah, scheiße, nicht, dass wir hier wieder wegen die Scheiß... Da ist schon der Erste. Oh, ho, 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 ho. Jetzt bist du weg. Oh, ho. Oh, warum fliegt der nicht? Oh, das ist doch so dumm. Ach, ging's weinig aufgeladen. Stamina. Oh. Komm her, komm her. Er geht runter. Bye, have a great time. Er fliegt in slow motion. Oh. Oh. Sieht ihn zwar gerade... Oh, er hängt fest. Ich glaub, der hängt in zwei Boyen. Guck mal hier, du kommst ja, ne? Äh. Bist du da drauf? Ja. Nee, bist du nicht. Doch, bin ich. Nein, du bist nicht drauf. Doch. Ein Kado greift mich an. Nein. Ah. Ich versuch ihn nur, ich versuch es. Naja, du kannst ihn doch noch nicht versuchen, ohne dass du irgendwelche Sachen hast. Warum? Oh Gott. Nein, nein. Oh shit. Alter Schwede. Oh Gott. Der kommt hinterher, der kommt hinterher. Oh, nicht dein Ernst. Du hast ihn getroffen. Komm. Ja, aber nur einmal. Ja, das hat sofort alles vollkommen. Bleib da oben. Bleib da oben. Bleib da oben. Also, wenn du nicht hol... Warum hast du einen Demorphodon? Scheiße. Danke. Danke. Sorry. Jetzt schlafe ich wieder. Oh nein. Ihr scheiß Dilos. Verzüglich. Er kommt nie allein. Dilo ist selten allein. Okay, er ist allein. Auch mal selten. Oh nein. Hab ich mich erschrocken. Puh. Eifers. Eifers neben mir. Eifers neben mir. Oh, 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 oh. Oh Gott. Er ist auch noch schneller als ich. Nein. Oh, ey. Ich hab doch gerade... Oh nein. Ich hab echt... Also ehrlich, ey. Warum stirbst du? Okay, nicht gerade so gut. So, nochmal hier. Bam. Nein. Er ist auf... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ähm, ich könnte es eventuell scha... Nein. Ich schaff es nicht. Fifty-fifty. Komm mir nirkswohunter. Ich bin hier... Oh Gott. Nein. Komm, 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 komm. Bitte bitte. Nein. Was ich noch sagen wollte in dieser Folge. Wir müssen diesen komischen Affen da loswerden. Stopp, 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 stopp. Das passiert, wenn er Gigantopithecus sowas mitbekommt. Überall. Hä? Was war das? Speedy ist tot? Mein Raptor? Komm einfach. Ach du Scheiße. Oh fuck. Warte. Jetzt. Okay. Pass auf. Ich versuche es. Ha! Gadi! Gadi! Ha! Gadi! Gadi! Ha! So jetzt... Was? Das ist auch noch einer? Ich hab mich getroffen! Meine Augen! Ich seh nichts mehr! Ha! 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 Habe ich hier noch. Habe ich? Habe ich? Oh, hot, 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 hot! Hot! Hot, 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 hot! Oh! Oh, Leute, Leute, Leute! Ist hier ein T-Rex oder so in meiner Nähe? Ähm. Wo? Was ist hier? Was ist das? Das ist der Spino King! Oh nein! Nee! Oh, er kommt, er kommt, er kommt! NOOOOO! Nein, nein, nein! Oh nein! Den Affen rennt gegen den Baum! Warte, ich seh meine Zwillinge! Na Brüder, alles gut bei euch! Ihr seid ja jetzt Drillinge! Ich hab meine Brüder gefunden! Perfekt, er steckt richtig fest! Na, alles gut bei euch! Yo, Alter! Sein Genick ist gebrochen! Oh, Helena! Oh, 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 oh! Du weißt nicht, wie sehr ich die hasse! Egal! Mit der kann man reiten! Also schau mal, eine Sache ist schon mal gut! Wie alt die Spinne bei uns im Lager! Eine große... Der GIGAS! Der Kartenhaus hinterher! Oh, shit! Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gerade finde! Schrecken bekommen! Okay, das stimmt nur die... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Eine Abgabe! Yeaaah! Yeaaah! Oh, wie war das, aber? Jaaaah! Ich bin im Kamm gegen die Tür! Alter! Du bist gerade geflogen! Ey, hat's eigentlich Sachen noch drin? Ne, ne? Oh! Oh, du hast meinen Saugstor zusammengetötet, naja, passiert. Das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Human. Das ist ein Mann, 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 Das sieht bestimmt richtig gut aus, wenn man das hier so macht, mal sehen. Oh yeah, das ist auch einer. Ach guck mal hier, wie süß, guck mal wie der das anguckt, der kriegt es nicht. Ach stimmt, ach das ist ja süß. Das ist das Sünde, der kriegt sein Essen nicht. Ach süß. Aber ansonsten ist ja nichts, ne? Nee. Ich gucke. Alter, diese großfassigen Demorphodon. Ich sehe noch nichts, sie greift mich auch nicht an. Alter, das ist das cool. Alter. Alter, das ist das cool. 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 Alter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020